Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Story Modded. Und ja, ich habe keinen Säbelzahn gefunden. Ich habe drei, vier High-Level gefunden, aber die sind da hinten in einem Pulgar aus Argies und etc. Und ich dachte mir, ich gehe nochmal rüber. Könnten wir ehrlich gesagt vorstellen, die Alus hier drinnen zu plätten. Die hingen da nämlich gut fest in den Eisschollen. Könnten wir uns gleich mal angucken, ob wir das hinkriegen. Aber mein Hauptziel ist erstmal hier auf die Eisschollen. Nicht in die Eisschollen, nicht in die Eisschollen, nicht in die Eisschollen, so. Die hängen da alle drei fest. Mal hier drüben gucken, ob wir hier einen Wolf finden. Auf jeden Fall ein Ankylo. Da hinten schwimmt ein Reh. Theodons. Ich fürchte, einen Wolf kriegen wir hier nicht. Wir sind gerade, glaube ich, nicht hier. Schon? Ja, nice. Könnten mal gucken, ob wir die Alus kriegen. Wir gehen da nämlich echt nice fest. Sind doch, glaube ich, über Wasser. Wir gehen mal hier hin. Hier auch noch was, wenn sie auf mich sind. Oder was? Wohl. Immer ehrlich. 20, 20 ist hier vorne. Die beiden anderen sind 15. 18 in den Kopf. Okay, haben sie nicht. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hier. 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 Gucken. Ich kann nicht gleich zwei mit ihm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei sollten wir hinkriegen. Und hier zwei. Das war der hintere. Ja, das war der hintere. Schauen. Er ist auch frei. Ist gut. Ich nehme den Boost jetzt nicht mehr. Wenn wir zwei gezähmt oder gelegt haben, können wir den weglecken von den anderen. Haben die schon immer so viel Tauber gehabt? Nacht. Drei, vier, fünf. Drei, fünf. Drei, vier, fünf, 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 eins, Drei, Drei hier. Drei, Drei. Von der Tränken grad nichts. Drei. Drei, Drei. Mal in einen reinsammeln. Drei, Drei, Drei. Na komm, geh schlafen und ich seh's dir doch an. Seh dir doch an, dass du gleich tot bist. Geh schlafen. Jetzt schon so blutig an der Seite. Drück die Daumen, Leute. Der verliert keinen Sauerstoff, das ist sehr gut. Der verliert keinen Sauerstoff. Oh, der verliert Sauerstoff, safe. Da ist ein Dings. Der verliert auch keinen Sauerstoff. Nice, 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 nice. So, Prime. Prim, Prim-Meet. Brauchen Prim-Meet. Wir waren hier Jena-Dons, ich fürchte aber... Moment, ich muss mal hier drauf rein. Hier drauf. Tracker. Ich will mir ehrlich gesagt nur mal hier Resistenzen reinknallen. So, ich brauche Tame in Progress. Die drei auf dem Bildschirm hab. Sehr fette. Die alle weg, die Jena-Dons, ja, ne? Nein, sind sie nicht nice. Bei Primes? Ein Prim. Fuck. Die Morphel haben getroffen. Der Saber hat eigentlich eine relativ gute Reichweite. Hier Prim. Oh fuck, ich bin halt tot. Mal ganz schnell da rüber. Ich gehe einfach ins Wasser anscheinend. Okay, genug Prime Meat. Leben dürfte ich nicht mehr verlieren, sehr gut. Mal Resistenz auf 30 knallen. Bin mal kurz hier drin und gucken mal, was ich Neues gelernt habe. Ein Industriegrill, der sehr gut aussieht, wenn man es auf dem Vorschau hört. Taceta, Thylacoleo-Sattel, Megatherium-Sattel. Die beiden in Romet. Ein Rhino-Sattel, eine Feldflasche, ein neues Bett. Okay. Wir rennen mal rüber. Wenn ich sterbe, ist es ja nicht so schlimm. Wir an den... Eins, zwei, drei, vier. Das sind... Leute brauchen nicht so viel. Und nicht da wieder hin? Hallo? Wir rennen zu drüben noch. Sehr gut. Ich kriege die auch jemals hier raus. Oh, fuck megalo dann. Und es versuchen? Dann kriegst du eine andere Sache. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Raus, 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 raus. Ich finde es geil, dass ich einfach auch gar nicht friere. Okay. Rüber, 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 rüber. Oder vielleicht nur mal ins Wasser, ich weiß nicht. Ja, ins Wasser anscheinend. So. Hinterrin, da bräuchte ich nur mal Fleisch für. Keine Chance. Immerhin. Da ist es gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ich renne mal Richtung nach Hause, aber ich denke, ich werde gleich sterben auf dem Weg. Mal im Saber relativ schnell wieder rüber kann. Nee, okay. Gut. Ich werde mich da vorum bringen lassen. Wird der Piranha drin oder so? Und schon, ja, nice. Danke. Sehr nett. Genau das, was ich wollte. Super und super nett von euch. Ich würde gerne meinen Pets spawnen. Danke. Marco? Da ist doch die Ability, Primey zu fressen. Fang, zu fischen, zu whatever. Okay. Okay, anscheinend nichts von Piranhas und Poles. Kein egal. Die zwei sind gezähmt. Gehen rüber. So. Ich kann nochmal zurücklaufen mit dem. Sicher ist es nicht. Ich finde es geil, dass die Fußspuren machen. Wenn die jetzt noch länger bleiben würden, könnte man daraus auch damit dann Dinos suchen. Und bleibt hier. Leber. Lebertooth. Die bleiben relativ lange, ne? Komm. Mal sehen, ob die zwei schon rauskriegen. Er könnte eigentlich nach hier raus. Ja, ja. Sieht nicht so gut aus. Ja, eins ist raus. Zwei. Zwei. Müsst du noch hier raus. Zwei. 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 Ja. Fast. Fast. Erst wieder nach hinten. Nach hier. Perfekt. Jetzt immer noch hier. Und raus. Sehr gut. Mitte zwei. Zwei. Ich denke nicht mehr auf, was machen wir jetzt. Ein Säbelzahn. Hunderter Weibchen. Perfekt. Scheiße, muss ich das aber doch machen. Bleibt das jetzt schon an? Nee, das machen wir nicht. Ich bringe die beiden schon mal nach Hause, dass sie in Sicherheit sind. Beides die Männchen. Ich stelle sie auf. Quatsch. Faut rein. So. Eine Sekunde. Hm? I don't know. Das war's. 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 Das war's.